Ja, alles ist verflugt und versifft. Du spielst, bis es durch ist, weiter. Schwierig. Das Blöde ist, ich bin halt fast jeden Freitag sehr, sehr, sehr müde von der ganzen Woche, weil die sehr scheiße war und sehr wenig Schlaf. Und dann schaffe ich halt nicht so lang, weil ich dann immer mehr einnicke. Vielleicht sollte ich Final Fantasy einen anderen Tag legen. Hä? Was war denn mit dem jetzt? The fuck? Sehr nieblich. Ja. Oh, ein Bomber. Schießt ihr da mit Kugeln? Mhm. Ja! Ha! Ha! Ja! Ha! Ha! die kampfmusik mag ich sehr sehr gerne ich hoffe die bleibt jetzt auch immer diese total überflüssigen und unnötige brutale gewalt gerne mehr davon haben bisschen mehr blut könnte auch sein und dann hier runter ja es soll spritzen von himmel regnen sowas erwartet mich jetzt hier der da das ist ja mit den zwei laser schwert an lichtschwert an was weiß ich was möchtest du denn jetzt das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht das wird dieser was denkst du heute ich denke gar nichts und völlig unschuldig ja noch zwei sachen das andere ist da oben irgendwas ist das da die lieblingsslave was und eine andere aufgabe sage ich mache einfach alles durcheinander es wird schon alles klappen jetzt weiß ich wofür die warnung von anfällen wegen flammen blitz gut ist die lieblingssklaven suche in martas rast nach doris oberste rollenspiel regel haupt quest immer erst zum schluss habe nämlich auch angst vor verpassbaren nebenaufgaben das wäre nicht so gut wo ist denn unsere lieblingssklaven da scheint er draußen zu sein ist das dann zeitquests okay die muss hier irgendwo auf dem markt sein dann kann ich ja direkt erstmal heiltrinken kaufen denn die sind ja jetzt futsch ich bin jetzt sehr angst vor zeitquests aber sie hat angst sie zu verpassen ich habe die verpasso phobie ach da ja 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 Ich hoffe, sie übernimmt sich nicht. Wir gehen vor. Reise dort hin. Ich reise hier hin. Sidequest Fomophobie. Gesundheit. Hallo Chloe. Ah, du bist nämlich nur zu spät. Ja, das macht dann 5 Euro. Geht der wohl gar nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Dann schau nachher in deinen P.N.s, hab was draufgelegt. Meine P.N.s? Meinst du jetzt Discord? Ich bin verwirrt. Oh, mein Kiefer tut vor mir. Ich kann mir mittlerweile per P.N. überweisen. Nicht, dass ich wüsste. Das ist bestimmt nur wieder irgendein Rundfug. Man konnte mir nochmal einen P.N. mit schicken. Also, ich glaube, ihr kennt meinen E-Bahn. Ich würde sie anbannen. Ja? Ja, ja. Und Rundfug schaust du? Na ja, und dann fertig. Ich schaue jetzt und dann banne ich dich. Oh, P.N. Das macht die fünf Minuten zu spät wieder gut. Sehr gut. Vielen Dank. Yay. Jetzt reden wir über die anderen Gebührenschulden, ne? Chloe. Ach, Mann. Wo ist denn jetzt der Weg, hä? Oh, fuck. Ja. Ach, wo muss ich denn hin? Hier ist einfach eine fette, riesengroße Brücke. Und ich finde den Weg. Man wird auch kennengebrannt. Frag für einen Freund. Alsbald. Das war's. Ich werde dich töten, ekligige Sklavenhändlerin, du. Ich werde dich nicht mehr, aber ich werde dich nicht mehr. Was ist das? Pepepepepe Sie nennt ihn Schuft, aber verkauft Sklaven Nee, Chloe Ihr seid nicht angeboten, ihr seid nur im Keller eingesperrt Und ihr habt Internet und Spiele und Konsolen und PC Ihr könnt Babys im Ofen opfern Und ich verkaufe euch auch nicht, ihr könnt mir Nein, nein 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 Nee, ihr könnt euch mit Kanalpunkt den Tag freikaufen. Und wenn ihr so viele sammelt, könnt ihr sogar zwei Tage hintereinander. Ja, den ganzen Tag raus, ja. Was soll man mit so viel Freizeit? Deswegen, ich sag ja, im Keller unten bleiben und zocken, ist viel angenehmer. Als rauszugehen. Für eine Million. Ja, aber die kriegt ihr gratis, die Punkte. Das ist so schock. Oha, Gebühren. Das ist so schock. 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 Die Behrer hat nur eine Schmutzung zu verletzen. Wenn er die Zahnbrech nicht so gut ist, hat er nicht so gut. Er ist ein Schmerz. Der Mann ist ein Schmerz. Sie hat sich immer zu verletz. Sie hat sich nicht mehr überrascht. Sie haben keine Angst. Ja, das ist das. Das ist ein Schmerz. Der Mann ist, dass wir mit dem Schiffen, dass wir mit dem Schiffen, der Menschen leben können. Ich habe bald 690k. Ich habe unendlich. Ich rede mit Shledon. Stimmt, seine Aufgabe ist ja eigentlich fertig. Wir müssen jetzt nur noch mit ihm abschließend reden. Glaube ich. Ich hoffe nicht. Was? Lass mein Schwert in Ruhe. Ich glaube, ich kann gar keine Kanalpunkte verschenken. Gucke ich jetzt die ultimative Waffe. Oh. Die ganze Nebenaufgaben haben sich gelohnt. Oh. Oh. Mach mal nebenaufgaben. Oh. 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 Ich habe nicht gedacht, dass ich mich nicht mehr verletzen habe. Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich habe mich nicht mehr verletzt. Ich habe mich nicht mehr verletzt, Clive. Danke, Clive. Ich bin der Grund. Ich bin der Grund. Was hast du gemacht? Ich bin der Grund. Ragnarik ausrüsten. Ragnarik ausrüsten. Ragnarik. 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 1300 punkte das ist nicht viel Journal gucken mal kurz das sind die Sphären die ich noch sammeln muss stimmst du mir zu wenn ich sage man soll das machen was für einen besser oder angenehmer ist ja klar tut 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 Vielen Dank.